In meiner Welt wird man mit Schulden geboren, keine Schuluniform, wir tragen Louis Vuitton. Du bist im Gefängnis. Und da ist irgend so ein berühmter Rapper. Und dann stehst du da vor dem Mikrofon und musst da loslegen. Das ist doch voll Lampenfieber hoch 10. Ich weiß nicht, ob aus meinem Mund ein Wort rausgekommen wäre.